Neue Musik von Sarah und Pietro, wer gefällt euch besser? Sie könnte jetzt wieder ihre Karriere im Fokus der Berichterstattung stehen. So veröffentlichte Sarah vor einigen Wochen ihre neue Single Genau hier und Pietro brachte jetzt seinen brandaktuellen Song Phänomenal heraus. Doch welcher so und kommt bei den Fans besser an? In den vergangenen Jahren machte das einstige Liebespaar vor allem zusammen Musik und baute sich so eine gemeinsame Fanbase auf. Doch nun gehen die beiden nicht nur privat getrennte Wege, sondern jeder für sich feilt an seiner individuellen Karriere. Tro landete 2017 mit dem Track CN mit Tilda Urieta, den er zusammen mit Kaune, 33, produziert hatte, einen verspäteten Sommer-Heat. Sein neuer Song Phänomenal knüpft rein musikalisch an die erfolgreichen Gute Laune Wiebes an. Sarah entschied sich hingegen für einen kompletten Neuanfang, mit deutschen Texten und einem reiferen Umstühling wagte die junge Mama einen radikalen Image-Wandel. In den Hitparaden scheinen jedenfalls beide Stile hervorragend anzukommen, nachdem Sarah sich vor wenigen Wochen den ersten Platz der Etunis-Dovenlotskart sichern konnte, klettert nun auch auf die Poller-Position. Doch welcher Song begeistert euch mehr? Stimmt im Voting ab. Voting ab. Vom Bewerb Vom Bewerb Vom Bewerb Vom Bewerb Bis zum nächsten Mal.